Dieses zum Kauf angebotene Rhein-Mitte-Haus wird in Dortmund-Kirch-Hörde erbaut. Voraussichtlich 2016 wird dieses Drei-Etagen-Haus erbaut. Das Gebäude verfügt über einen Carport-Stellplatz. Auf einer Grundstücksfläche von ca. 282 Quadratmetern weist das Haus eine Wohnfläche von ca. 143 Quadratmetern auf. Das Objekt hat einen Kaufpreis von 429.800 Euro. Wir freuen uns Sie näher zu informieren.